In einem Wust von Scham zersetzter Geist ist Lust in Tat, und bis zur Tat ist Lust meineidig, blutig, schuldig, mördrisch, dreist, grausam, wild und des Vertrauens Verlust. Nach Genuß verachtet und geschmäht, im Wahn gejagt und endlich, wenn er langt, im Wahn gehasst, als Köder ausgelegt, in Raserei versetzt, der ihn verschlang. Der Wahnsinn in Verfolgung und Besitz, Wüst im Hatten, Haben und Begehren, im Tun das Höchste, und getan nur Schmerz. Zuvor ersehnte Freude, nachher Leere. Das weiß die Welt, doch jeder ist zur Stelle und sucht den Himmel, der dann eine Hölle. Was, so behauptet der Sprecher, stellt der Sex mit einem an? In einem Wust von Scham zersetzter Geist ist Lust in Tat, und bis zur Tat ist Lust meineidig, blutig, schuldig, mördrisch, dreist, grausam, wild und des Vertrauens Verlust. Warum dieser Hass auf Sex? Nach Genuß verachtet und geschmäht, im Wahn gejagt und endlich, wenn er langt, im Wahn gehasst. Warum dieser Hass, der vielleicht vor allem ein Selbsthass ist, wenn man Sex begehrt, im Moment des Genusses und danach? In anderen Worten werden dieselben Gedanken im Prinzip wiederholt. Als Köder ausgelegt, in Raserei versetzt, der ihn verschlang. Der Wahnsinn in Verfolgung und Besitz, Wüst im Hatten, Haben und Begehren, im Tun das Höchste und getan nur Schmerz. Zuvor ersehnte Freude, nachher Leere. Handelt es sich um eine puritanische Verdammung? Stattdessen wird eine Allgemeingültigkeit behauptet. Das weiß die Welt, doch jeder ist zur Stelle und sucht den Himmel, der dann eine Hölle. Vielleicht muss das jeder doch eingeschränkt werden. Auch wenn dieses Sonett im Rahmen der Sonette an die Dark Lady steht, kann man vermuten, dass die Erfahrung mit Sexualität gemeint ist, die man als Homosexueller in einer Welt macht, in der es keine Homosexualität geben darf. Wie ein Drogensüchtiger taumelt man durch die Illegalität. Ein genussvolles, von der Gesellschaft geachtetes Ausleben ist unmöglich. Das muss aus der Dark Lady noch keinen Mann machen. In der Fiktion ist und bleibt sie eine Frau. Aber sie ist eine Frau, zu der es auch nie eine gesellschaftlich tolerierte Beziehung geben kann. Damit kann sie stellvertretend für das männliche Objekt der Begierde eines Homosexuellen stehen. Und das selten auf das WeichSilent несколько minutesى selbst und wir schauen uns mit입니다 und dann von der Gesellschaft steht. Denn wir stellen fünf Applaus Vielen Dank.